Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prey. Wir sind hier im Reaktorraum. Schauen uns mal noch ein bisschen um. Jaja, ist gut. Ich würde das aber tatsächlich ganz gerne jetzt mal hinter mich bringen und dann noch gucken, ob wir mal Dämmchen helfen können. Hast du zufälligerweise eine Schlüsselkarte? Ja, sehr schön. Und auch noch einen Zugang. Ähm, das bitte verbessern. So. Weil wir haben jetzt das Event für Frau Dings ist dann leider geteilt. Das heißt, da müssen wir uns tatsächlich beeilen. Deswegen sauen wir jetzt erstmal alle Ruhe Zeug auf. Leitfaden für die Notfälle beim Reaktorbetrieb Auszug aus einem Leitfaden für Notfälle beim Betrieb des Superforge Reaktors SFR 2029-03. 10, 16, 16, 17, Neustart, Initialisierung, Sicherheitsschalter. Ähm, Sicherheitsschalter für alle Hauptbereiche müssen... Die Sicherheitssteuerung für alle Hauptbereiche müssen vor dem Einleiten der Reaktorabschaltung in die Position ausgebracht werden. Magnetosphäre, Substanz, Energienetz, Photovoltaik, Ringe, Gravitation, Lebenserhaltung und Hauptreaktor. Ja, mhm, in der Reihenfolge. Vielleicht schreibe ich mir das dann mal auf. Äh, Sicher ist sicher. So. Nehmen wir mal gerade die Notizen hier zu Fallout 2. Ähm... Magneto, dann Substanz, dann Photovoltaik, Gravitation, Lebenserhaltung und Hauptreaktor. Gut. Bin mal gespannt. Ähm... Zugriff. So, muss ich jetzt erstmal noch abschalten. Was haben wir denn hier? Magnetosphäre. Zack. Ach, die sind sogar... Ja. Miss. Achso. Reihenfolge. Ah, okay. Doch. Nicht in der richtigen Reihenfolge. Na doch, gut ist mir aufgeschrieben. Dann Gravitation. Miss. Achso, ich muss mal anfangen. Okay. Zack. 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 Reaktorabschaltung wird eingeleitet. Substationsstromnetz offline. Photovoltaikringe offline. Lebenserhaltung offline. Magnetosphäre offline. Die Passage offline. Mit Abschaltung Hauptreaktor in Reihe 2-1. Reaktor erfolgreich abgeschaltet. Einleitung Hauptreaktorzündung in 3-2-1. Gravitation online. Reaktor Erhaltung online. Magnetosphäre. Achtung. Reaktor Initialisierung unterbrochen. Notstromversorgung wird eingeleitet. Na toll. Connolly, der Idiot sollte die Ableiter schon vor einer Woche prüfen. Alles klar. Morgen, Sie müssen die reparieren. Oder mit viel Glück nach einem Ersatz suchen. Na, schauen wir mal. Ableiter? Warnung. Strahlenschäden entdeckt. Ärztlich. Die Ersatzreaktorableiter waren im Frachtaufzug wie angefordert. Connolly sollte sie runterschicken, wenn es passt. So. Das sollte jetzt hoffentlich passen. Ähm. Was ist mit dem Transcribe funktioniert? Nö. Gut, dass ich noch ein paar Ersatzteile übrig hatte. Reaktor Initialisierung wird abgesetzt. Nach Nikosphäre. Dreckstationsplannetze online. Reaktor Initialisierung abgeschlossen. Systeme wiederhergestellt. Das war's. Ich leite Strom zu den Aufzügen. Und den Luftschleusen. Aber da sind Spannungsschwankungen und Lecks in der Kühlmittelkammer. Passen Sie auf dem Rückweg auf. Es könnte noch mehr beschädigt sein. Mhm. Und wir haben ja Besuch. Tja, ich verstehe. Du hast alles zurückgesetzt. Die Talos 1 steht dir offen. Clever. Gewagt, aber clever. Gut, dass sich einige Dinge nicht geändert haben. Ich werde mich dir nicht mehr in den Weg stellen. Du hast es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Alles. Komm hoch in mein Büro. Morgen. Waren Sie das? Egal, was Sie gemacht haben, es war übel. Wenn das eine Art Rache sein sollte... Strom läuft gleich wieder. Das heißt, der Aufzug sollte auch wieder gehen. So, dann schauen wir mal, wie wir euch zerlegen könnten. Technopathen hießen sie genau. So, ziehen wir uns mal kurz zurück. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Ach, hier wäre noch ein neuer Ableiter gewesen. Wo ist dieser Technopath schon wieder? Hier ist einfach viel zu groß. Ihr könnt da mal weg. Gut, das bringt natürlich nichts. Warnung. Vitalwerte kritisch. Ja. Ist okay. Da oben glaube ich irgendwo. Oh, ja. So. Nimm das. Ich habe keine Stimpacks mehr. Fuck. Oder keine Psi-Packs mehr. Okay, dann muss ich jetzt eigentlich mal da hoch. Und mal im Nahkampf an dich ran. Was haben wir da denn? Ja, oder wir holen uns das Geschützkraben noch. Boah, ich brauche echt wieder Ersatzteile hier. Ich hatte so viele, aber ich habe halt auch so viele Geschütze die letzte Zeit hier mir geholt. Ich hoffe mal, da findet sich noch was. Na gut. Ich stehe, äh, gehe gleich drauf, sehe ich. Und tschüss. So, das ging dann doch... Nicht so ganz reibungslos. Jetzt können wir auch euer Zeug mal plünern. Da wird es noch eine Wartungsschleuse gehen. Okay. Ist ja gelohnt, dich zu reparieren. Hm. Na gut, wir sind auch ein bisschen verstrahlt, sehe ich. Wir haben aber doch Anti-Rats aufgenommen, oder? Ja. Hau ich mir gerade mal rein. Das scheint funktioniert zu haben. Schön. So. 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 Da wäre es ein Operator. Weißstück. Na komm, holen wir uns noch welche. Schaden kann es ja nicht. Und zack. Einmal. Beantragen neuen Operator. So. Das wäre Technik. Ich hoffe, du gibst einen Gesundheitsoperator ab. Das wäre halt echt praktisch. Auch Technik. Okay. Gut. So, dann lass mich da kurz noch mal nachschauen. Ja, wir haben halt noch Stunde 40 Minuten für diese Mission. Deswegen will ich die, glaube ich, jetzt so sicher als erstes mal machen. Wahrscheinlich wird das nämlich alles nicht so reibungslos vonstatten gehen. So. Speichern. Gucken, wie wir hier hochkommen. Stimmt, wie kommen wir eigentlich jetzt hier wieder hoch? Okay. Da ist so ein bisschen, ähm. Weg. Ah, du bist auch noch da. Stimmt, wir hatten auch wieder Waffen-Upgrades. Das fällt mir gerade ein. Dann, wie gesagt, ich hätte dich ganz gerne mal komplett verbessert. Eins noch und dann, ich glaube, dann würde ich noch in die Kuh knarren, ein bisschen was machen. Ach, da ist ja noch einer. Mist. Okay. Ähm. Wir haben wieder Munition. Dann mal los. Moment. Nachladen. Und, äh, Medikit nehmen. Und Schiss. Hm, wir müssen da noch höher. Achso, da könnten wir aber eventuell hochkommen. Das funktioniert sogar. Ähm. Ähm. Hallo. Besser als nix. So, dann würde ich gerne da rüber. Jawohl. Ruhe da hinten. Das glühen wir noch schnell zu. Hm. Ach, das speichert wohl automatisch, wenn wir so eine Neuromod aufnehmen. Interessant. Hm. Jetzt muss ich halt da hoch. Na, da sollte ich vielleicht nicht hin. Da war ich ja schon auf der Seite, genau. Hm. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Wir könnten da und dann vielleicht über die Rohre was regeln. Mal schauen. Zack. Zack. Jawohl. Dann bitte einmal hier hochgeklettert. Es klappt doch erstaunlich gut, muss ich zugeben. Krägt mir das irgendwas? Nö. Hier geht's so langsam weiter. Geh da bitte mal weg. Ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt großartig hochkommen. Aber hierher kommen wir hoch. So. Dann bitte da hin. Danke. Ähm. Ist das machbar? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ah, wir können dabei hier vielleicht hoch, genau. Und dann hier rüber. Alles klar. Nein, 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 nein. So war das nicht geplant. Du sollst eigentlich auf dem Ding da landen. Machen wir es halt mal so. Und können hier weiter hoch. Dass da wieder an Zeit drauf geht. Oder hätten wir hier irgendwo den Strom wieder anstellen können? Naja, ich glaub eher nicht. Stimmt, da seh ich auch tatsächlich beim Timer, wie lange das noch, oder wie viel Zeit wir da noch haben. Vorsicht, Morgan. Der Neustart des Reaktors hat den Gasalarm in der Kühlmittelkammer ausgelöst. Die Turbinen sind wasserstoffgekühlt. Und jetzt undicht. Der nächste Schuss wäre ihr letzter. Sie könnten genauso gut auf eine Granate feuern. Gut, danke fürs... Ja. Fürs Warnen. Dann gehen wir mal hier raus und gucken in der nächsten Folge, ob wir da draußen noch ein bisschen was regeln können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut. euch singt. Gute. Gute. Vielen Dank.